So ein guter Ende gewartet. Nürnberg, Cottbus 009. Ja, schauen wir nochmal, bevor wir uns dann mit dem Erzlecht für Nürnberg und der Perspektive beschäftigen, nochmal auf Energie Cottbus. Wir fälterten dort vorne einen Stürmer jüngeren Jahrgangs, aber eben auch nur einer der 30 Jahre ist. Alle Jugendspieler hatten sie verloren, eben auch durch die Strategie, einen anderen Weg zu gehen. Nationalspieler aus Bordringen.